Anlässlich des Earth Days. SodaStream kündigt mit Umweltkampagne Don't Just Share Care ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele an. Das Wichtigste vorab zusammengefasst. 1. Umweltkampagne mit Social-Media-Expertin Randi Zuckerberg. 2. SodaStream ermutigt Konsumenten dazu, auf Likes und Shares im Netz auch echte Taten für die Umwelt folgen zu lassen. 3. Die führende Wassersprudler-Marke verkündet, bis 2025 weltweit rund 78 Milliarden Einweg-Plastikflaschen zu vermeiden. 4. Neue Wassersprudler-Generation SodaStream Duo spart Einweg-Plastikflaschen zu Hause und unterwegs. SodaStream launcht anlässlich des Earth Days seine Kampagne Don't Just Share Care mit Randy Zuckerberg. In typischer SodaStream-Manier ruft die weltweit führende Wassersprudler-Marke zusammen mit Randy Zuckerberg in einem neuen Viralspot humorvoll dazu auf, sich nicht nur in den sozialen Medien virtuell für die Umwelt zu engagieren, sondern auch im echten Leben aktiv zu werden. Spot-Protagonistin Zuckerberg stellt am Ende des Videos eine Community-Plattform zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit vor, auf der auch SodaStream sein eigenes Commitment für die Umwelt veröffentlicht. Einweg-Protagonistin Zuckerberg-Train-Vocal-Performer. Hey, aren't you the sister of... ...and my own person, regardless of who may or may not be a member of my family. Look, I'm not saying angry posts or sad GIFs can't get people's attention, but honestly, when all we do is share stuff online instead of taking real action, the world doesn't GIF a d*****. That's why I decided to join SodaStream, who not only make fresh, delicious sparkling water, but also eliminate millions of single-use plastic bottles every day by using reusable bottles. SodaStream has already created one way to save the world from home. I knew if we put our minds to it we can find a cure for virtual concern. Go to the SodaStream website and learn how you can help save the planet, so don't just share, show you care. With... SodaStream says no to single-use plastic and saves the world.